Das folgende Video ist ein Reupload vom letzten Freitag, da ich einen Witz entfernen musste, weil sich eine Person angegriffen und beleidigt gefühlt hat. Da ich für heute sowieso keine andere Video hatte, habe ich die Folge etwas verlängert und ein paar neue Witze drangepackt. Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Solange die Mitarbeiter keinen Cape tragen, ist es auch kein Supermarkt. Mann widmet seiner Ex ein Liebeslied. Schlafpunkt MP3. Jemand hat einen Herzinfarkt. Mann? Oh Gott, ist hier irgendjemand Arst? Veganer? Ich bin Veganer. Männer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, es sind 40 Grad im Schatten. Die gute, wir marschieren nicht im Schatten. Männer sind so unsensibel, statt bei Problemen mitzuleiten, bieten sie einfach eine Lösung an. Matchnütchen, die freundliche Version von Hackfresse. Neulich bei McDonalds. Kleiner Junge will etwas bestellen. Kassierer, solltest du nicht in der Schule sein? Junge, was weißt du schon von Schule? Können die alten Unterlagen ins Altpapier? Ja, aber mach vorher nochmal Kopien. Wie ich den Praktikanten beschäftigt habe. Dieser Moment, wenn man sich dazu entscheidet, sich an sämtliche Verkehrsregeln zu halten, wenn ein Idiot zu dicht auffährt. Sie haben 2014 also an 492 Tagen gearbeitet. Keine Ahnung, was das Finanzamt schon wieder will. Hat dein Vogel Tourette? Nein, das ist ein Wellen-Fick-Dich. Hab den Gehpunkt meiner Freundin gefunden. Wer hätte gedacht, dass er in ihrer Schwester ist? Der DHL-Bote hat mir nicht guten Morgen gesagt. Gleich mal bei Amazon eine Handelbank bestellen und per DHL liefern lassen. Das wird ihm eine Lehre sein. Sitze seit 20 Minuten im Busch und beobachte einen Mann, der einfach so im Auto sitzt. Der ist doch nicht mehr normal. Wenn ich für einen Tag ein Mädchen sein könnte, wären meine Finger abends schrumpelig, ohne dass ich in der Badewanne war. Der Kuss des Poseidon, wenn dir beim Scheißen das Wasser bis zum Arsch hochspritzt. Zahnbürsten sind voll putzig. Ich freue mich, wenn ein Video 500 Likes bekommt. Dann stelle ich mir eine Halle mit 50.000 Menschen vor, von denen 500 klatschen. Dann weine ich. Ich möchte, dass wir uns trennen. Warum? Du bist mir so unreif. Ich höre dich nicht, lalalala. Was ist weiß, flauschig und macht gute Musik? Die Chance, dass eine Katze den Sturz aus dem zehnten Stock überlebt, liegt bei 50%. Für ein genaueres Ergebnis bräuchte ich mehr Katzen. Warum lassen sich Taucher immer rückwärts vorm Boot fallen? Na, vorwärts würden sie doch ins Boot reinfallen. Es gibt jetzt endlich eine adäquate Bezeichnung für den Selfie-Stick. Deppenzepter. Ich erzähle in meinen Videos keine sexistischen Witze mehr. Die sind zu kompliziert für Frauen. Können Sie mir helfen? Ich suche Gleitgel. Sie haben Glück, das ist die letzte Tube. Dankeschön, Sie haben mir den Arsch gerettet. Wenn ich mein linkes Ohr ganz fest auf mein linkes Auge presse, kann ich sehen, wie ich mir beim Gucken zuhöre. Was wollt ihr? Neue Hörgeräte. Wann wollt ihr sie? Neue Hörgeräte. Gandalf arbeitet bei der Deutschen Bahn. Erwartet mein Kommen bei Sonnenaufgang des dritten Tages. Manchmal mache ich mir eine Milchschnitte warm und esse sie mit der Gabel. Nur um später meinen Freunden sagen zu können, ich hätte eine heiße Schnitte aufgegabelt. Meine letzte Beziehung zerbrach, weil wir unterschiedliche religiöse Ansichten hatten. Hä, wieso das denn? Sie wollten nicht erkennen, dass ich Gott bin. Einfach mal unter einem Deutschaufsatz schreiben. Alle Angaben und Fehler sind geistiges Eigentum des Schülers und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Fehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewehr. Und dann sah mich mein Hund mit dem, selbst schuld, wenn du nicht mitten in der Nacht um drei mit mir Gassi gehst. Jetzt musst du den Haufen eben selbst wegmachen. Blick an. Letztes Wochenende habe ich meinen Sitznachbar beim Flug in die Türkei gefragt. Und was haben sie in Spanien so vor? Ich habe ihn natürlich sofort durchschaut und geantwortet. Habe einen Geschäftstermin in Madrid. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Dann geht ein Mann mit seiner Tochter zum Strand. Noch angekommen, bemerkt er, dass er seine Badehose zu Hause vergessen hat und versteckt mit Mühe seinen Jürgen unter dem Handtuch. Fragt ihn die Tochter, du Papa, was hast du denn da unter dem Handtuch versteckt? Er, das ist, äh, mein Vogel. Dann schläft er ein. Als er aufwacht, findet er sich im Krankenhaus wieder und fragt seine Tochter, was passiert sei. Na ja, ich habe mit deinem Vogel gespielt. Dann hat er mich angespuckt, also habe ich ihn in den Hals umgedreht, das Netz zerruppt und ihm die Eier zerschlagen. Mein Traum war immer, in jedem Zimmer in meiner Wohnung Sex zu haben. Nun ziehe ich aus und habe es knapp nicht geschafft. PS, suche Nachbieter für meine Einzimmerwohnung. Wenn man den Stift einer Granate zieht, sie auf den Boden legt und ganz nah mit dem Ohr herangeht, kann man förmlich hören, wie der durchschnittliche IQ der Weltbevölkerung steigt. Nimmst du bitte deinen Schwanz aus der Butter, ist auch so ein Satz, der ohne Haustiere am Telefon häufig für Verwirrung sorgt. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht auch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.